Hey, willkommen hier von der Kilianstraße auf den Barbarossa-Spielplatz in Untertürkheim. Dieser Bereich des Spielplatzes ist eher für die kleineren Kinder geeignet. Der Spielplatz bietet viel Schatten, auch für den Sommer und ist insgesamt sehr länglich gezogen. Hier seht ihr den Wasserspielplatz, sowie den Kletterturm-Vulkan. Jetzt befinde ich mich auf dem Fahrradparcours, der wirklich alles zu bieten hat, was Biker sie brauchen, ohne eben Untergründe, kleine Hügel, sowie Baumstämme zum Balancieren. Es wird definitiv nicht langweilig. Im Hintergrund entdeckt ihr schon die Seilbahn, sowie den südlichen Bereich des Spielplatzes. Und ab geht's! Also von uns eine ganz klare Empfehlung, packt unbedingt eure Kids ein und besucht einmal den Barbarossa-Spielplatz in Untertürkheim. Es lohnt sich ganz bestimmt und die Kids werden eine Menge Spaß haben. Versprochen!